... verratet hat. Hey, hey! Großer Tag, Herr Kumpel! Wie sieht's aus? Wer hat Bock auf ne Runde extra gute Laune, hm? Oh, nein danke, Sam. Tammy Lynn würde mich umbringen, wenn ich heute kokse. Ach, das merkt ihr gar nicht. Ich hab grad ne Lime mit nem Typen aufm Klo gezogen und ich wette, ihr findet nicht raus mit weben. Ja, ich glaub, ich verzichte.